Die Schweizer Hochschulen tüfteln am Stromnetz der Zukunft, das immer mehr zu tun bekommt. Denn der Strom wird immer öfter dezentral auf Hausdächern und Fassaden produziert. Ein Problem für die Netzbetreiber, die immer mehr Strom abtransportieren müssen. Und der dafür nötige Ausbau der Netze ist aufwendig und teuer. Ein PILOR-Projekt beim aargauischen Netzbetreiber AEW Energie AG mit der ETH Zürich bietet eine smarte Lösung. Dank des Optimierungsalgorithmus der ETH wird das AEW-Netz virtuell, also ganz ohne physischen Ausbau, um bis zu 10% verstärkt. Dies gelingt mit permanenten Echtzeitmessungen und Steuerbefehlen, die Blindleistung und Spannung im Netz optimal regeln. Ich bin Teamleiter Netzentwicklung und Instandhaltungsplanung bei der AEW Energie AG und Teil meiner Aufgaben sind es, einen Blick in die Zukunft zu werfen, weshalb wir auch das Projekt mit der ETH zusammen implementiert haben. Zunehmend haben wir als Verteilnetzbetreiber das Problem, dass die Leistung nicht mehr nur vom Kraftwerk zum Verbraucher transportiert wird, sondern nun auch vom Verbraucher zurück ins Netz, die Energie zurückgespiesen wird. Mit diesem Projekt wollen wir als Teil einer Smart Grid-Lösung der Zukunft diesem Problem begegnen. Unser Ziel war es hier vor allem, die Technologie, die wir entwickelt haben, den Algorithmus, die Methode, die Mathematik in das echte Netz zu bringen und in die Anwendung. Dementsprechend war das Ziel vor allem ein Wissens- und ein Technologietransfer in die Industrie. Eine wichtige Erkenntnis für uns als ETH war, dass die Verteilnetzbetreiber in der Schweiz wirklich bereit sind, diesen neuen Lösungen auch Raum zu geben und diese zu implementieren. Das Projekt mit der AEW zeigt, dass wir bestehende Infrastruktur nutzen können, um das Stromnetz von heute smarter zu machen und besser zu optimieren. Die ETH hat die Grundlagenforschung in dieses Projekt gebracht und bildet somit das Fundament für das smarte Netz der Zukunft. Das Projekt mit der AEW zeigt, dass die Verteilnetzbetreibern ist. Das Projekt mit der nadzieję, dass die Verteilnetzbetreibern ist.